Boah, Leute, es ist endlich soweit. Die Hunger Games startet, Leute, und zwar nächste Woche, Samstag, 20 Uhr. Also schreibt mir jetzt, genau jetzt, deine PN, das ist richtig wichtig, mit eurem Minecraft-Namen. Ja, also eure Minecraft-Namen, halt mit dem Betreff, die Hunger Games, schickt sie hier an PlaybookJack, ich bin Jackalp, das war's und ich hoffe, ihr seid dabei. Und es kommen jetzt noch, ich kläre jetzt noch ganz kurz ein paar Regeln mit euch ab. Wie gesagt, noch sind Plätze frei, schreibt jetzt auch, falls ihr euch nicht beworben habt, ist egal, schreibt hier unter den Kommentaren, ich nehme teil, schreibt, schickt dann eine PN, hier zählen einfach alle PNs, schickt eure Minecraft-Namen. Jeder, der jetzt die PN schickt, ist reserviert, es kommt hier ein fettes Dings, also so ein fettes Bild, jetzt so hier in YouTube, falls die Plätze alle weg sind, also macht die mal kurz an, dann seht ihr, als ob sie schon weg sind. Schickt jetzt euren Minecraft-Namen, es gelten als Regeln halt, Blätter dürfen abgebaut werden, Leaves dürfen abgebaut werden, das wird alles noch gesagt. Um 8 Uhr wird der Server gesammelt, es wird so um die Viertel nach 8 gestartet, das Game. Ich hoffe, ihr könnt alle, wenn nicht, tut mir leid, geht nicht anders. Das, ähm, Dings, dann, ähm, ich werde, ähm, wir brauchen jetzt noch einen, der das überwacht. Und deshalb, falls jemand Bock hat, meldet euch, also der fliegt dann halt so rum, jeder darf aufnehmen, das ist wichtig, ihr könnt, ihr werdet dann aufnehmen, falls ihr einen YouTube-Namen, also ihr habt alle einen YouTube-Account, das ist ja klar. Ja, aber, ähm, falls ihr wirklich Videos aufmacht, würde ich, sponsore ich euch gerne, ich meine, 25 Abonnenten ist was, ne. Also, vielleicht fällt ja der ein oder andere Abonnent für euch ab, also, dann, ähm, werde ich die ganze Liste von denen, die, äh, darum gebeten haben, in der PN noch, ähm, mit dabei, mit ihrem YouTube-Namen zu sein, werde ich dann diese Liste unten, äh, von den Parts da rein tun, ja, die Parts kommen dann halt so danach, kurz danach, nach der Aufnahme, so, ähm, Montag, Dienstag oder vielleicht auch schon am Sonntag, der erste Part, ne. Äh, ich habe die Bugs gefixt, jo, ähm, zwar das, also, das wird nicht mehr lecken, es wird, also, es wird nicht mehr lecken, dazwischen sind keine Rucklein mehr und der Ton, der funktioniert dann auch, ne, das war's von mir. Ich hoffe, das passt alles, falls ihr eine ge-crackte Minecraft-Version habt, schreibt es dazu, in der PN, weil ich das dann umstellen muss, es wird auf Nitrado sein. Also, ne, haut rein, äh, die IP kriegt ihr dann geschickt per PN als, äh, Rückantwort, äh, das Server wird aber, äh, offline sein, bis, ähm, ja, bis das Event startet, oder ihr seid halt, ihr werdet einfach nicht auf der Welt sein, weil wir gerade noch an einen Server bauen, und ja, da kommt aber auch noch ein Infovideo, und zwar, bam, äh, das kommt dann auch bald hoch, ne. Wir sehen uns, auf Wiedersehen, tschüss. Wir sehen uns, auf Wiedersehen.